Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Für alle Fans des gestützten Laufschuhklassikers Adrenalin GTS von Brooks zeige ich euch hier genau die richtige Variante, wenn es ins Gelände geht. Der ASR 9 bietet dir alle Vorzügel des Klassikers und setzt die Gildkont in das Gelände um. Die Pronationsschützer an der Innenseite mit ihren unterschiedlichen Härtegraden bietet dir dann genügend Schutz vor Überlastungsbeschwerden, wenn du in der Abrollbewegung zu verstärkt nach innen einknickst. Ein richtiges Highlight bei diesem Schuh ist das Dämpfungsmaterial DNA. Es reagiert auf den unterschiedlichen Druck und passt sich damit ganz individuell deinem Laufstil an. Und das ist beim Adrenalin GTS auf Asphalt schon ein tolles Highlight. Im Gelände ist es noch viel besser angebracht, denn dann kannst du wirklich auf unterschiedliche Untergründe reagieren. Die profilierte Außensohle des ASR 9 packt auch auf rutschigen Untergründen richtig feste zu und verhindert ein Wegrutschen. Ein weiterer Vorteil, wenn du im Trail unterwegs bist und zum Beispiel auch verschiedenen Wetterrichtungen ausgesetzt bist, ist das leichte Obermaterial. Es ist wasserabweisend, aber zugleich sehr atmungsaktiv, sodass du wirklich auch immer eine schöne Luftzirkulation im Schuh hast. Leichtfüßig, gut geführt und immer mit einem sicheren Halt kannst du so jeder Trail-Herausforderung begegnen. Und wenn du jetzt Lust auf diesen tollen Schuh bekommen hast, dann kannst du den Brooks Adrenalin ASR 9 in allen Runners Point Filialen testen und dann kannst du den Brooks Adrenalin ASR 9 packt auch auf rutschigen Untergründen auf rutschigen Untergründen auf rutschigen Untergründen auf rutschigen Untergründen auf rutschigen Untergründen. Dann kannst du das gleiche Mal sugerlich nicht und erinnert ein paar Sekunden auf rutschigen Untergründen auf rutschigen Untergründen auf rutschigen Untergründen auf rutschigen Untergründen auf rutschigen Untergründen.